Ich suche, ich bin nicht angekommen, ich strenge mich an. Ich suche, lese Bücher, ich strenge mich an, Bücher, lese Bücher, ich strenge mich an, ich suche, Bücher, auf Wolke sieben schweben, ich strenge mich an, auf Wolke sieben schweben. Ich laufe von Guru zu Guru und strenge mich an, ich strenge mich an. Wie fühlt es sich an, ein Spiel zu spielen, was man nicht gewinnen kann, was man nicht gewinnen kann? Ich strenge mich an, was man nicht gewinnen kann. Und, und, da sehe ich so wunderbare Lichter, 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 Lichter. Und, irgendwelche spirituellen... Und ich stelle fest, dass sich plötzlich mein Blick weitet. Und der Himmel ist blau. Alles, was ich brauche, ist schon da. Wie fühlt sich das alles an? Beschissen. Was habe ich davon, dass ich denke, es gäbe Erleuchtung?